Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Heute freue ich mich sehr, 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 weil ich einen super coolen Partner für dieses Video am Start habe. Ich erzähle euch eine Geschichte, wo ich in der Vergangenheit gemobbt wurde und Mobbing findet ja nicht nur leider im Real Life statt, sondern auch online. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ich glaube, beides ist komplett scheiße. Und deswegen freue ich mich, dass Mozilla Firefox Partner dieses Videos ist und möchte euch im Zuge dessen ein richtig, richtig cooles Add-on, was sie rausgebracht haben, vorstellen. Zur Feier des Women History Months, oh Leute, mein Englisch, haben sie das aus Bitch Mach Helden Add-on rausgebracht, was das Internet zu einem ein bisschen schöneren Ort machen soll. An sich liebe ich das Internet einfach über alles, weil es so viele Möglichkeiten offenbart, aber es gibt einem einfach auch die Möglichkeit, anonym super viel Bullshit unter Videos, Posts, keine Ahnung was, im Internet einfach zu verbreiten, in irgendwelchen Foren über irgendwelche Leute herzuziehen und diese eben auch zu beleidigen. Und sowas zu lesen kann manchmal extremst verletzend sein. Ich zum Beispiel bin ja offensichtlich eine Frau und ich bekomme super oft so unnötige Kommentare, einfach weil Frauen dumm sind oder ja, sehr viele Schimpfwörter. Wenn ich mal irgendwie ein bisschen mehr Ausschnitt trage, werde ich direkt irgendwie eklig belästigt oder keine Ahnung. Also es ist manchmal echt nicht so einfach, es irgendwie allen recht zu machen. Ich bin mega gespannt, deswegen möchte ich auch den Add-on für den Mozilla Firefox Browser runterladen. Das Add-on erkennt Beleidigungen an eine Frau, wie zum Beispiel Schlampe, Nutte, alle Sachen, die wir nicht hören wollen und ersetzt diese dann mit dem Wort Heldin. Was ich irgendwie mega cool finde, dann wird das Ganze irgendwie so richtig in die Höhe gehoben und man fühlt sich nicht so scheiße, wenn man sowas liest. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen so ironisch, also weil die Leute wollten sich beleidigen und dann geben sie dir so mit dem Add-on ein Kompliment und das feiere ich irgendwie extrem. Ich finde, das ist eine saukule Aktion. Ich habe euch den Add-on ganz unten, ganz unten, ganz oben in der Infobox unten verlinkt. Okay, da könnt ihr draufklicken, dann müsst ihr einfach nur das installieren. Und wenn ihr natürlich Firefox noch nicht habt, dann solltet ihr natürlich erstmal vorher Firefox installieren. Das Ganze gibt es natürlich auch auf Englisch und Französisch, also falls ihr irgendwie das in einer anderen Sprache ausprobieren wollt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun. Und dann wird hoffentlich das Internet ein bisschen schönerer Ort. Was man vielleicht auch noch am Rande sagen sollte, ich glaube, viele Leute benutzen einfach immer den Browser, der so direkt auf dem Endgerät ist, das man irgendwie sich gekauft hat oder so. Aber das Geschäftsmodell von Firefox basiert nicht auf dem Sammeln von Daten und damit Geld scheffeln und was weiß ich. Die werden von einer gemeinnützigen Stiftung entwickeln und haben sich jetzt so ein bisschen das zum Ziel gemacht, das Internet zu einem schöneren Ort zu machen. Was ich sehr unterstützenswert finde. Weil ich glaube, wir alle wissen ganz genau, wie so sinnloser Hate einfach abfuckt. Es ist ja total oft so, dass kostenlose Produkte extrem viel Daten von einem klauen. So ist es aber halt nicht bei dem Add-on und bei Firefox. Das heißt, ihr könnt es euch runterladen, es ist komplett kostenlos, eure ganzen Daten bleiben bei euch und ihr lest einfach keine unnötigen Beleidigungen mehr an euch. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt. Damit wird auch das Internet direkt ein bisschen schöner. Ich bin jetzt mega gespannt, wie das Ganze aussieht. Werde jetzt den Screen switchen. Checken wir das mal und gehen mal durch meine Hate-Kommentare. Ich habe ja tatsächlich eine, ich glaube, das wisst ihr, es gibt ja immer so Kommentare, die als Spam markiert werden. Das ist zum Beispiel, wenn die Leute zu viele Emojis oder so benutzen. Dann Kommentare mit gesperrten Wörtern, die YouTube-Beleidigungen und sowas. Und ich werde da jetzt auch mal durchgehen und gucken, ob ich da das eine oder andere finde, was verändert wurde von dem Add-on. Ich füge das Add-on jetzt einfach mal hinzu, dann ist es auch installiert. Also viel mehr muss man dann eigentlich auch nicht machen. Hier seht ihr jetzt den Firefox-Browser und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Und ich gebe einfach mal ein, ich bin eine Schlampe. Und ihr seht, direkt wird das Wort in Heldin. Es gibt ganz viele Heldinnen-Tests, ob man eine Heldin ist, was ich persönlich sehr süß finde. Probieren wir mal Sonny Loops Schlampe. Oh, Leute, da wird das Video von Isch da vorgeschlagen. Ich bin eine Heldin. Sie hat natürlich das Video genannt, ich bin eine Schlampe. Aber das finde ich mega cool, weil an sich bringt es genau diese Message rüber, die sie da, glaube ich, mitgeben wollte. Dass es halt hart unnötig ist und gerade bei diesem Video finde ich es irgendwie übelst passend. Auch auf Wikipedia wird der Begriff Hure in Heldin geändert, was ich mega cool finde. Also es scheint zu funktionieren. Ich finde, das ist irgendwie eine, ich finde, das hat so einen kleinen ironischen Touch. Gehen wir mal jetzt in die Sparte des Grauens und zwar meine Überprüfung ausstehen. Dieses Fenster sollte einfach kein YouTuber öffnen, Leute. Da wird einfach von YouTube Schimpfwörter und alles versucht reinzuhauen. Oh, so viele Leute finden, dass ich eine Heldin bin, hör mal. Da wird jetzt auch in der Suchenleiste das Wort schon in Heldin geändert, aber ich habe hier tatsächlich Hure gesucht. Bei Schlampe sieht das alles genau so aus eigentlich. Wird auch in Heldin geändert. Oh, alle sind so nett zu mir, hör mal. Hier, dumme Heldin, Heldin, klickgeile Heldin, kleine Heldin, geputzten Heldin. Also ich finde, das Add-On ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Es ist halt so eine kleine Spielerei, die irgendwie das Internet zunimmt. Ich weiß nicht so, wenn man das jetzt liest, denkt man sich so, dann tut es nicht so weh, wenn man das Schimpfwort nicht sieht, sondern man weiß direkt, der wollte dich eigentlich beleidigen, aber irgendwie ist was Sympathisches bei rausgekommen. Auf Englisch heißt Heldin dann, by the way, Boss. Also dann steht da immer, you are a boss. Schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, was ihr über dieses Add-On haltet. Und ich würde sagen, ich packe mal ganz kurz meine kleine Geschichte aus. Und zwar, das ist eigentlich so eine ähnliche Sache. Da wurde ich zwar nicht als Stampe oder sowas beleidigt, sondern als Hexe. Ich hatte ja damals rot gefärbte Haare, sehr, sehr lange sogar. Und da sind nicht alle so mega gut drauf klargekommen. Also vor allem sehr viele Jungs haben mich beleidigt, haben gesagt, ja, wie kann man sich denn als Blondinie die Haare rot färben? Wie sieht das denn aus, du Hexe und so? Also ich wurde damals dann schon sehr oft mal als Hexe beleidigt. Das Ganze ging so weit, dass ich teilweise im Schulbus, also wir hatten zwar keine Schulbusse, aber die Busse sind direkt von unserer Schule gefahren, random Informationen. Es war sozusagen wie ein Schulbus. Und ich habe es immer gehasst, im Doppeldecker zu sein, weil irgendwie im Doppeldecker war das immer so, dass man oben, saßen immer alle, weil da durfte man ja nicht stehen, man durfte nur unten stehen. Und wenn du dann sozusagen oben warst, irgendwo langlaufen wolltest, haben die immer alle ein Bein gestellt, die gesessen haben. Und bei mir war das irgendwie sehr extrem. Also mir haben voll oft Leute ins Schienbein getreten und Hexe gesagt oder mich mir ein Bein gestellt und dann gelacht und sowas. Und das Ganze ging einfach so weit, dass ich einmal auf dem Schulklo war und da waren so drei Mädchen, die ich nur so richtig flüchtig kannte. Also ich wusste eigentlich gar nicht, dass wir wissen, wer wir untereinander sind. Die waren, glaube ich, auch eine Klasse über mir. Nee, die waren sogar in meinem Jahrgang. Und wie gesagt, wir hatten eigentlich nie was miteinander zu tun. Wir hatten auch super viele Klassen. Also ich glaube, wir hatten sogar acht Klassen in unserem Jahrgang. Und die waren halt genau am anderen Ende des Flurs. Also wir hatten gar keine einzigen Berührungspunkte. Und dann bin ich halt auf Klo gegangen und wollte gerade meine Hände waschen. Und auf einmal hat mich so ein Mädchen genommen und einfach so wirklich genommen, haben gegen diesen, wo die Handtücher drin sind, diese handabtrockene Dinger, gegengehauen. Dann kam ein anderes Mädchen, hat mir in den Bauch gehauen und gegen Schienmengen getreten. Und die haben gesagt, verpiss dich, du Hexe, lass dich hier nie wieder blicken. Mir sind sofort die Tränen in die Augen geschossen, weil das einfach, das war nicht nur verbale Beleidigung, sondern halt auch körperliche. Und zusammen hat das einfach so das unschönste, eins der unschönsten Erlebnisse. Es war wirklich eine so schlimme Situation, weil ich aufgrund meiner Haarfarbe beleidigt wurde. Zwar jetzt nicht als Huche oder so, aber als Hexe. Und nicht nur das, sondern ich wurde dazu auch noch körperlich komplett kaputt gemacht. Und ich war damals einfach viel zu, also ich war viel zu krass eingeschüchtert, weil das waren eh Mädchen, die relativ berüchtigt waren. Also, wie gesagt, ich hatte mit denen nie irgendeine Berührungspunkte, aber ich weiß, dass sie zum Beispiel unseren Chemielehrer im Unterricht immer abgeworfen haben. Eine Lehrerin hat mal wegen denen geweint, weil die von denen beleidigt wurde. Und sowas geht halt einfach viel zu weit. Und ich habe mich auch an niemanden gewandt. Ich habe es nicht mal meiner Mutter erzählt. Ich habe es einfach komplett in mich reingefressen. Ich hatte immer extrem Angst, wenn ich die Mädchen gesehen habe in der Schule. Erst so zwei, drei Jahre später habe ich die, also die sind dann auch alle nach der 10. Klasse abgegangen. Also das waren welche, die wurden auch nicht zum Abi zugelassen und so. Soll ich jetzt nicht irgendwie gegen die sprechen, jeder wie er will, aber das hatte schon was damit zu tun, dass sie das nicht drauf hatten, okay, den Stoff. Und ich habe irgendwann mal auf einer Party die wiedergesehen und habe die so krass zur Rede gestellt. Und die haben sich so unnormal bei mir entschuldigt, weil sie dann am Ende meinten, okay, keine Ahnung, was uns geritten hat. Aber wir waren einfach, keine Ahnung, wir haben einfach in der Schule nichts zu nichts gebracht. Wir wurden von unseren Eltern auch geschlagen und so. Und die sind einfach damit aufgewachsen. Und im Endeffekt haben sie sich bei mir entschuldigt. Ich habe es auch verziehen. Ich hoffe einfach, dass niemand von euch sowas widerfährt. Weil ich gerade auch merke, wenn ich darüber rede, Leute, es fällt mir wirklich schwer. Also ich bin so jemand, wenn mir was unangenehm ist oder so, fange ich immer an zu lachen. Und allein, dass ich bei diesem Thema so ein bisschen anfangen muss, so zu lächeln, ist irgendwie... Meine Emotionen lassen es nicht richtig zu irgendwie, dass ich es so richtig an mich ranlasse. Ich wünsche einfach niemanden von euch, dass er irgendwie verbal beleidigt wird oder gemobbt wird. Wegen seinem Aussehen irgendwie gemobbt wird oder so. Oder auch körperlich angegriffen wird. Und ich finde, die Kombination aus beiden ist wirklich mit Abstand das Allerschlimmste. Zum Glück war das nicht so... Also das war keine lange Zeit und das war auch eigentlich nur von dieser Gruppe aus. Also ich wurde von allen anderen überhaupt nicht gehältet. Viele Leute haben auch meine Haarfarbe zum Beispiel nachgefärbt und haben die sich nachgemacht. Und haben gesagt, geil, ey, ich liebe die Farbe und ich persönlich liebe rote Haare so sehr. Ich finde, es sieht so wunderschön aus. Ich würde mir, wenn meine Haare nicht so kaputt gehen würden, davon wieder... Oder ich wissen würde, ich will danach kein Blond mehr werden. Weil Rot ist echt schwer, aus den Haaren rauszukriegen. Ich habe sie sehr lange gebraucht. Dann würde ich sie mir tatsächlich wieder rot färben, weil... Keine Ahnung, ich habe keine Angst mehr vor solchen Kommentaren. Aber damals hat es mich sehr getroffen. Aber es hat mich nicht dazu bewegt, meine Haare umzufärben. Ich bin trotzdem weiter die rothaarige Sonny gewesen. Das musste man auch mal dazu sagen. Also es hat mich irgendwie nicht so krass getroffen, dass ich mich beleidigt gefühlt habe. Ich habe mich einfach nur... Ich glaube, ich habe damals halt schon gemerkt, wie unfair das ist und wie uncool das ist. Und wie wenig Wert deren Aussage hatte. Nur natürlich hat es mich trotzdem extrem getroffen, dass ich gemobbt werde und auch geschlagen werde und so. Am Ende haben die ihren Preis bekommen. Ich glaube, Karma regelt bei sowas immer. Es sollte so ein Add-on auf jeden Fall noch fürs Real Life geben. Definitiv. Ja, schreibt mir mal sehr gerne, was ihr von dem Add-on haltet. Ich wollte euch das nur nochmal mitgeben. Falls du ein Mobber bist, verpiss dich bitte einfach. Du bist einfach so unnötig und demnächst können deine Kommentare eh nicht mehr das erzählen, was sie sollen. Weil alle nur noch Heldinnen sind. Mit diesen Worten würde ich sagen, falls ihr das Add-on gerne installieren wollt, ist es unten in der Infobox verlinkt. Habt noch einen sehr, sehr schönen Tag. Habt euch gegenseitig lieb. Seid nett zueinander. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.